Wenn Sie eine AXA Lebensversicherung haben, dann schauen Sie sich dieses Video unbedingt bis zum Schluss an, denn die AXA ist gerade dabei, ihren gesamten Lebensversicherungsbestand an ein sogenanntes Run-off-Unternehmen zu verhökern. Und was das für Vorteile, aber auch für Nachteile und für Gefahren mit sich bringt und wie Sie handeln können, das erfahren Sie in dieser Folge ProLiveTV. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ProLiveTV. Mein Name ist Felix Früchtl. Ich begrüße Sie live aus Ingolstadt und heute wieder zu dem Thema Run-off. Es geht Schlag auf Schlag. Wir haben jetzt gerade eben erst vor wenigen Tagen ein Video gedreht zu dem Run-off der Zurich-Versicherung. Und jetzt vor kurzem, vor ein paar wenigen Tagen, hat dann auch die AXA nachgezogen und hat bekannt gegeben, dass auch sie ein Teil ihrer Versicherungsverträge an die Atora, ein weiteres Run-off-Unternehmen, verkaufen möchte. Vielleicht klären wir an dieser Stelle mal ganz kurz die Facts. Es handelt sich um rund 900.000 Verträge, die veräußert werden sollen von der AXA an die Atora. Und diese 900.000 Verträge haben ein ungefähres Deckungskapital von 15 bis 19 Milliarden Euro, die da drin verwaltet werden. Der Kaufpreis soll ungefähr zwischen 610 und 660 Millionen Euro liegen, die die Atora, der AXA, für diesen Bestand entsprechend zahlt. Es handelt sich um die DBV-Verträge, DBV-Winterhohe-Verträge, die 2006 schon von der AXA entsprechend abgekauft worden sind oder übernommen worden sind. Das heißt, die DBV-Winterhohe-Verträge, die Sie vielleicht in der Vergangenheit mal abgeschlossen haben, die wurden 2006 von der AXA übernommen. Und jetzt gibt die AXA diese 900.000 Verträge weiter an die Atora, damit die Atora als Run-off-Unternehmen diese Verträge weiter verwaltet. Es ist der drittgrößte Deal in Deutschland, was dieses Thema des Run-offs angeht. Der größte Deal ist ja immer noch von 2019, als die Generali ihre Verträge an die Viridium verkauft hat. Mittlerweile firmieren die Generali-Verträge unter dem Namen der Proxalto. Die Atora ist eine von drei Run-off-Unternehmen. Wir haben hier die Viridium, wir haben die Atora und wir haben die Frankfurt-Leben-Gruppe. Alle drei Unternehmen sind sogenannte Run-off-Gesellschaften. Ja, was sind Run-off-Unternehmen eigentlich? Run-off-Unternehmen sind Finanzinvestoren im Endeffekt, die Lebens- und Rentenversicherungsbestände von klassischen Versicherungskonzernen aufkaufen. Die kaufen diese Verträge deswegen an, weil sie mit diesen Beständen, die sie haben, natürlich Gewinn erzielen möchten, die sie dann entsprechend ihren Aktionären ausschütten können. Wie wollen diese Run-off-Unternehmen mit diesen Beständen Gewinne verdienen, wenn auf der anderen Seite die Versicherungskonzerne diese Bestände unbedingt loshaben wollen, weil sie eben nichts mehr damit verdienen. Das Ziel ist, dass Run-off-Unternehmen keinen aktiven Vertrieb mehr machen und dass sie einen deutlich schlankeren Fuß bekommen werden in der Verwaltung, im Vertrieb und in der IT. Und durch die Bündelung vieler Verträge versuchen die Run-off-Gesellschaften diesbezüglich tatsächlich, sich deutlich schlanker aufzustellen, um damit mit diesen Verträgen Kapital zu generieren. Vornehmlich, so wird das gesagt, für sich selbst und für die Kunden. Das schauen wir uns später nochmal an, ob das wirklich so ist. Warum geben die Versicherungskonzerne ihre Verträge frei? Warum verkaufen sie ihre Verträge, die sie in der Vergangenheit mal mit dem Kunden geschlossen haben? Das ist relativ einfach. Diese Verträge passen einfach nicht mehr ins Portfolio der Versicherungskonzerne. Die müssen dafür ganz hohe Rückstellungen bilden in ihren Bilanzen, weil es in der Vergangenheit Garantiewerte gab, Garantiezinsen, die den Kunden versprochen werden müssen. Und diese Garantiezinsen, die sind im Verhältnis zum aktuellen Zinsniveau noch aus der Vergangenheit relativ hoch und deswegen müssen hohe Reserven tatsächlich in den Bilanzen gehalten werden. Und das belastet das Eigenkapital und die Bilanz, die Eigenkapitalquote der Versicherungskonzerne und führt dazu, dass sie vielleicht gewisse Voraussetzungen gar nicht mehr erfüllen können. Deswegen sagen sie sich, okay, wir müssen einfach einen bilanzpolitischen Schritt machen. Wir verkaufen diese Versicherungsbestände, die wir mal mit den Kunden abgeschlossen haben, an jemanden Drittes, der darauf spezialisiert ist und der soll die im Zweifel dann abwickeln. Wenn Sie einen AXA-Vertrag haben und jetzt völlig geschockt sind darüber, dass Ihr Vertrag vielleicht sogar schon zum zweiten Mal weiterverkauft wird, vielleicht haben Sie einen DBV-Winterhoher-Vertrag und der wurde schon mal weiterverkauft an die AXA und jetzt wird es schon wieder weiterverkauft und Sie denken sich jetzt, verdammt, was kann ich denn dagegen tun? Da muss ich Sie leider enttäuschen, weil Sie können nichts dagegen tun. Es ist eine einseitige Erklärung von Seiten der Versicherungsgesellschaft, die Ihren Vertrag entsprechend weitergegeben hat und Sie werden darüber dann wahrscheinlich noch eine Information bekommen und haben dann aber keinerlei Möglichkeit, sich dieser Transaktion entsprechend in irgendeiner Form zur Wehr zu setzen. Sie haben maximal die Möglichkeit, aus der Versicherungspolize auszusteigen, indem Sie kündigen oder indem Sie den Vertrag zum Beispiel verkaufen, aber Sie können gegen die Transaktion selber jetzt kein Veto einlegen oder dergleichen. Sie müssen sich da tatsächlich einfach beugen. Dieser Runoff, das ist eine ganz spezielle Eigenschaft hier in dem Fall, der findet auch nicht von einem auf den anderen Tag statt, also mit einem gewissen Stichtag, zu dem dann die Verträge übergehen, sondern der ist über fünf Jahre tatsächlich gestaffelt. Die Verträge sollen anfangs auch noch von der AXA betreut werden und dann nach und nach auf die Artura übergehen und dort in die Betreuung fließen. Der Name DBV bleibt auch weiterhin bei der AXA vorhanden. Man weiß auch nicht, ob diese Verträge, die jetzt bei der AXA sind, ob die in der Zukunft nicht einen neuen Namen bekommen. Wenigstens die Verträge, die jetzt verkauft werden. In der Vergangenheit war das häufig so, dass zum Beispiel aus ehemaligen Generali-Verträgen dann Proxalto-Verträge wurden. Also da können Sie sich auch schon mal darauf einstellen, dass Ihre Versicherung, die Sie aktuell haben, von der AXA in Zukunft vielleicht einen anderen Namen tragen wird. Was passiert sonst noch mit Ihrem Vertrag? Auf was können Sie sich in der Zukunft einstellen? Wir haben gerade schon besprochen, dass der Name sich ändern könnte von Ihrer Versicherungspolize, also von Ihrem jetzigen AXA-Vertrag in irgendeinen anderen Namen. Es könnte sich der Ansprechpartner verändern. Das, was am wenigsten schlimm wäre, dass sich die Farbe auf Ihre Rückkaufswertmitteilung und auf Ihre Polize verändert. Aber mit ganz großer Sicherheit werden Sie einfach andere Ansprechpartner und einfach andere Servicepartner haben. Das ist technisch, was sich ändert. Das ist jetzt aber halb so wild. Von der Renditeseite her betrachtet, wird sich wahrscheinlich auch einiges ändern. Dazu aber dann gleich nochmal mehr. Welche Vorteile bringt so ein Runoff eigentlich mit sich? Also die Vorteile, die hier vom Gesamtverband der Versicherer gesehen wird, ist, dass einfach sich ein Unternehmen darauf spezialisiert, solche Verträge, wie die AXA jetzt aktuell verkaufen möchte, zu verwalten, dass sie sich nur darauf konzentrieren müssen, dass sie eben keinen Vertrieb machen müssen, dass sie keine anderen Versicherungsprodukte im Portfolio haben, die sie auch noch betreuen müssen und damit natürlich die Effizienz deutlich steigern können. In der Vergangenheit hat es sich auch gezeigt, dass solche Runoff-Unternehmen, also wie gesagt, es gibt ja nur drei in Deutschland, dass die deutlich effizienter gearbeitet haben als der Durchschnitt der Versicherungskonzerne. Da kommen wir dann jetzt aber auch schon zu dem Punkt, den ich auch betrachten muss an der Stelle. Diese Effizienzeinsparung, die führt natürlich dazu, dass die Runoff-Unternehmen prozentual höhere Gewinne machen. Eine Studie zufolge aber ist es auch so, dass diese höheren Gewinne leider nicht beim Kunden ankommen. Und da wären wir bei den negativen Aspekten eines solchen Runoffs. Es werden zwar mehr Gewinne gemacht, von denen werden sie aber im Zweifel überhaupt nichts haben, sondern eher die Aktionäre dieser Finanzinvestoren. Und ein Thema, das sich immer wieder aus den letzten Jahren tatsächlich und aus unserer Erfahrung her tatsächlich widerspiegeln lässt, der Kundenservice, die Kundenorientierung, die nimmt extrem ab, weil natürlich die Verwaltung auf einen deutlich schlankeren Fuß gestellt werden muss. Es sind vielleicht auch nicht mehr die fachlich spezifischen Berater vorhanden, die ihnen da unter die Arme greifen können. Vielleicht telefonieren sie da auch nur noch mit einem Roboter oder dergleichen unserer Erfahrung nach in der Vergangenheit bei Runoffs, dass der Service tatsächlich sehr, sehr schlecht geworden ist. Und das kann man auch auf diversen Bewertungsportalen dann entsprechend nachvollziehen. Ich hoffe, dass ich mit diesem kurzen Video und mit diesen kurzen Einblicken Ihnen einen Mehrwert liefern konnte, dass Sie jetzt Bescheid wissen darüber, was Sie mit Ihrer AXA-Polize machen können oder nicht. Wichtig ist in dem Moment nicht in Panik verfallen. Erstmal schauen, was jetzt da in den nächsten Wochen noch so an Meldungen publik wird. Ansonsten müssen Sie sich damit auseinandersetzen, wenn Sie sagen, Sie wollen das definitiv nicht. Sie wollen nicht, dass Sie dieses Vertrauensverhältnis, dass Sie mit der Versicherung eingegangen sind, in der Vergangenheit gebrochen wird, indem man das einfach an einen Finanzinvestor weitergibt. Dann haben Sie, wie gesagt, zwei Möglichkeiten, selbst zu kündigen oder zum Beispiel über uns den Verkauf anzustoßen. Sollten Sie da Interesse daran haben, Informationen benötigen, verlinken wir die unter dem Video. Ansonsten bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen eine schöne Restwoche, auch wenn diese Meldung vielleicht für Sie jetzt nicht ganz so positiv war. Lassen Sie sich nicht unterkriegen. Beschäftigen Sie sich mit dem Thema und holen Sie sich tatsächlich Experten an Ihre Seite. In dem Sinne, beste Grüße aus Ingolstadt und bis zum nächsten Mal bei ProLive TV oder bei unserem Podcast ProCast. ProCast.